Fahrradtas. Oder ein scheiß Sattel. Funktioniert nicht wirklich ohne gutes Werkzeug. Und gleich ist mein Akku leer. Was habt ihr denn für Sättel? In der Arbeit oben? Meist normaler Dressur oder Vielfaltigkeitssättel? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab da keine Ahnung von. Die sind wohl oft die Pferde zugeschnitten. Und von daher, ich weiß es nicht. Weiter. Genau. Wie klein sie wird, wenn sie sich einrollt. Kampfhunde. Ganz gefährliche Tiere. Hütehunde. Die gefährlichsten Tiere überhaupt. Was ist das? Wo ist es? Wo ist welches Tier? Hütehunde. Aufgefressen. Wo ist welches Tier? Ui. Weiter. Action. Hütehunde, Das tuehunde. Das ist mit mir warm. Ja, mir auch. Hütehunde. Um mich mal an zu tun. Ne? Das ist eine schöne Säcke, aber diese Luftwurzeln, da sieht echt so aus. Ich schneide die aber mal ab. Echt? Ja. Stört die das nicht? Keine Ahnung, macht sich ja neue, ne? Das ist ja für die Luftfeuchtigkeit. Ein paar Späte dann? Ja, oder manchmal da so weiter, dann eben Ost, vielleicht dann nebenbei. Wir brauchen das ja für die Luftfeuchtigkeit, ne? Ich hab nur noch nicht gebraucht, ihr habt nicht mehr. I. Oh, ja Mutti, dumm gelaufen. Öffendeppig. Das film ich jetzt mal nicht. Weitermachen. 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 Weitermachen.